Okay, ich bin bereit, wenn du es bist. Warte. Ja, ich würde, oh, alles gut, ich habe mich festgehalten, alles gut. Vielleicht muss meine rechte Hand mal ein bisschen umpositionieren. Äh, ich ziehe mich mal irgendwie hoch, so. Okay. Warte, mein Wort ist gerade ein bisschen stürmisch, aber... Ich bin da. Kannst du es festhalten? Hast du es? Ja, ich habe es, ja, ich habe es, ich habe es. Warte, ich lasse jetzt mal los. Okay, okay. Und das bringt uns jetzt wahrscheinlich gar nichts. Nee, irgendwie ist das nicht so... Du ziehst mich hoch mit dem Rohr. Nee, oder du kommst hoch und ziehst mich mit dem Rohr, ich weiß ja auch nicht. Oh, Bock! Warte, 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 ja, ich komme, ich komme. Nein, nein! Ja, gut. Okay, können wir das... Dann würde ich sagen, spring nicht mal wieder hoch. Okay, können wir das... Dann würde ich sagen, spring nicht mal wieder hoch. Doch, ich konnte... Hast du? Ja. Okay, warte, ich bleib jetzt hier stehen. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier. Und dann? Dann versuchst du hochzuklettern und ich... Oder? Nee, das macht keinen Sinn, weil ich runterfalle. Ich falle... Ich hänge. Ich habe da so ein kleines Problem. Ich trinke erst mal einen Schluck. Was ist denn? Scheiße, auch Lego Mio, ey. Was ist denn mit diesem Kackrohr? Nach Müde kommt doof. Ich bin... Nein, ich bin sehr, sehr intelligent. Ich habe dies schon ein paar Mal bewiesen. Du hast gerade über einen Kackrohr geredet. Hä? Was ist denn mit diesem Kackrohr? Ja, aber ich... Damit meinte ich doch nicht... Ja, ja. Nein, damit... Jetzt wieder rausreden. Ja. Nach Müde kommt doof. Apropos doof. Rebecca. Ja. Gesundheit. Danke. Toll, jetzt habe ich das Rohr wieder falsch. So. Fass ich das Rohr erstmal hier an. Danke schön. Ties ein bisschen hinter mir her. Trist dich das hier eh immer? Okay. Twister. Warte, ich glaube, ich will es wieder, oder? Aha. So. Du musst das eh immer hier nehmen und dann... ...kann ich das, glaube ich, hier so nehmen. Aha. Ja, ich ähm... Ich stehe in Gorillapose. Okay. Okay. Take this, Gorilla. Okay, ich habe es. Boah, wieso? Wie gierig! So 0,3 Sekunden, da war sie schon in ihrem Bauch. Ich habe es. Äh, kriege ich das da rauf gesteckt? Ey, das muss doch... Ah ne, genau, andersrum, wa? Scheiße. So. Steckt, äh, du. Uns fehlt aber noch ein Rohr, anscheinend. Glaube ich? Ne, das muss so... Da ist ein... Fackst du das schon? Man, wo ist denn jetzt das zweite blaue Rohr? Ich weiß es nicht. Oh, lol. Hi. Was war denn jetzt? Hi. Ja, hi, aber... Warum? Keine Ahnung, ich bin da durchgelaufen. Geht das schon bewegen? Aber wo müssen wir denn... Ich habe das schon bewegt. Achso. Achso. Äh, wo ist denn jetzt noch ein anderes? Hm. Können wir irgendwo ins Abmontieren? Ja, das sieht auch abmontierbar aus. Ja, siehst du? Nein, 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 nein. Was? Nein, 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 nein. Das ist nicht ausgesperrt. Ich komme von der anderen Seite. Nee, warte, ich komme doch gleich zurück. Du kannst da drüben bleiben. Na gut. Dann warte ich hier auf dich. Tür ist offen. Jetzt musst du nämlich zu die Tür aufgehen. Ah, naja. Tür ist offen. Okay, was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein Schmuhhebel? Äh, ja. Äh, geht nicht. Oh Gott. Das sieht irgendwie nicht so rosig aus. Na, mal überlegen. Bleibt die... Warte mal, wir können es ja mal damit testen. Nee. Können wir also keine Rohre hinten klauen. Tja. Ah ja. Wer legt denn da oben ein Rohr hin? Mal ganz ernsthaft. Der Rohr verlehrt. Der Rohr ver... Nee, Gott, das war ich mir jetzt. No, ist... Woll, du dummer... Scheiser. Oh, nee, das hat... Achso. Da ist eine Lücke. Das hab ich nicht gesehen. Ähm, kann man das hier rüberschieben? Ich auch gerade überlegen. Nee, nee, kann man nicht. Okay, müssen wir da irgendwas hinlegen, weil eigentlich... Warte mal. Das muss doch safe hier rüber. Klar muss das hier rüber. Ähm. Okay. Ach, warte mal, hier ist... Nee, 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 vergiss das. Wie kriegen wir denn... Oder wollen wir das Ding... Hier, nach rechts jetzt rüberziehen und dann... Hier rüber... Nee, es geht... Nee, geht auch nicht, wegen der Dings. Äh, ja. Hm. Man kann hier auch... Warte mal, kann man die Dinger hier wegnehmen? Nee. Oh, 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 ja, ja, fast. Okay. Soll ich mich unten hinstellen? Und ich versuch's... Denke mal, das könnte was werden, ja. Okay. Ich bin bereit. Oh, warte, ich hab eine andere Idee, die es vielleicht noch ein bisschen einfacher macht. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Beförderung. Ich steh jetzt hier und hab meine Hände in der Luft. Und du so? Kommt da angerollt. Ich... Ja. Jetzt fett's. Oh Gott. Ich glaub, du brauchst nicht mehr mehr halten, oder? Oh mein Gott. Doch. Doch. Hab's gehalten. So, lass mal schieben hier das Ding. Ähm. Äh, ja. Vielleicht noch weiter nach hinten. Ja. Ist irgendwie ganz schön schräg, oder? So, warte mal. Kannst du das irgendwie rüberziehen, damit es ein bisschen gerade wird? Oh mein Gott, ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles war so grau. Oh Gott. Mein Kopf ist eingeklebt. Okay. So, jetzt. Ja. Kann ich vielleicht noch raus? Jetzt darfst du raus. Okay. Ähm, warte mal. Kommen wir da jetzt hoch? Ohne dass ich mich in den Abgrund stürze? Nein. Ah. Oh mein Gott. Dass ich mich... Oh Mann. Jetzt so. Und hoch. Ups. Okay. Äh. Hier und jetzt. Ich will mal überlegen, ob du dich jetzt wahrscheinlich am Ende ranhängen musst und ich muss dann wieder die Tonne zurückschieben vielleicht. Meinst du? Keine Ahnung. Ich kann mich ja mal festhalten. Ah. Okay. Hat geklappt, ne? Mach mal einfach diesen. Abgehoben sind sie niemals. Nee, Frau Schmörerin. Doch, vom Boden bin ich abgehoben. Ich stecke drin in den Rohr. Yeah. Dann müssen wir durchs Fenster... Wie er wie eine junge Eins hier dieses Rohr balanciert. Und am Ende scheitert es halt an der Ausführung. Äh. 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 Einmal drehen. Ja. Danke. Bitte. Easy. Hebel. Hebel. Wow. Komm mir an. Ich habe gerecht, glaube ich. Okay. Oh nein. Müssen wir schon wieder irgendwas befüllen? Oh nein. Oh ja. Und hier liegen auch noch so zwei Hölzer, irgendwie, wie so Brennhölzer. Ich nehme die mal mit nach vorne. Was denn? Ich habe es gerade vielleicht. Wir müssen die anzünden da hinten. Schau mal. Ich glaube, wenn wir die Dinge anzünden... Ja, die Hölzer anzünden und dann hier rüber gehen wieder. Ja. Ich habe hier zwei Hölzer. Wo bist denn du? Warte. Ähm. Oh. Was zum Teufel tust du denn? Ich muss jetzt wieder nur da rüber kommen. Moment. Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Ah. Nice. Okay. Willst du mich jetzt rüber katapultieren? Ach so, kann ich... Nee, ich komme da nicht ran. Oder? Nee. Äh. Die Frage ist, wenn ich da jetzt rüber komme... Haben wir schon mal die Hölzer hier drüben, ja. Ja. Oder, warte, 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 bleib, 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 oder, okay. Ja, und dann auch wieder so zurück, wenn sie angezündet hast. Ja, die Frage ist nur... Wir müssen mal gucken. Ähm. Ich kann ja hier nicht einhängen, einhändig hoch. Ja. Ach so, warte mal. Wenn das Ding hier... Warte mal kurz. Wenn wir das Ding weiter noch rüberschieben, dann kann ich doch von da mit den Hölzern nach oben. Theo praktisch. Ja. Okay. Kannst du da irgendwie... Oh Gott. Kann ich? Ja. Oh, ich hab Angst. Kommst du ran? Oder kann ich von hier... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich bin drüben. Was denn das anstrengend? Ich mache Feuer für uns. So. Okay, es brennt. Ja, warte. Ich hab Feuer gemacht. Okay. Das wird jetzt witzig. Du musst bloß hier rüberspringen auf die erste. Okay. Oh Gott. Warte, warte, warte. Irgendwie hab ich grad Sexmoves gemacht. Was ist das? Ähm, okay. Moment. Ich krieg das auch mit Hölzern hin. Oder? Nein, ich krieg's nicht hin. Oh mein Gott. Ich hänge ganz beschissen. Okay, warte. Aber hier drüben. At this point, we are fucked. Ne, 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 ne. Warte mal hier drüben. Äh, oh Gott. Komm ich da rüber? Dann war ich ja noch in der Vorstufe. Ja. Ja, ja. Kommst du ran? Ich werde irgendwas probieren zu grabben. Warum auch immer ich diese workly Sexmoves mach. Kannst du springen? Ich weiß nicht. Oh. Kannst du springen? Boah, Leute. Dank dir wieder. Sub Stufe 1. Nein. Ich hab unsere Vollhabe verloren. Köcke. Wo hast du die Stöcke? Die sind drunter gefallen. Ich hasse alles. Liebe geht raus. Dankeschön für den Sub. Ich hasse alles. Liebe geht raus. Was kannst du eigentlich? Gar nichts. Ja, geh nochmal hin. Ich bleib mal hier stehen, ja? Vielleicht schaffen wir es ja so rum. Was heißt denn hier, was kannst du eigentlich? Ich bin halt daneben gesprungen. Ich bin auf dem Holz ausgerutscht. Weißt du jetzt, was mein Problem war? Genau, genau das war auch mein Problem. Ich wollte es wie so ein krass cooler Basketballer oder irgendwas machen. Ich wollte es so seitlich rüberspringen und dann das Holz rüber droppen. Naja, ist irgendwie dann gerade runtergeplumpst. So, dann stell dich mal hervorragend auf das Ding hier. Sag ich doch, ey, es liegt nicht an mir. Ich habe Holz in der Hand. Okay, hältst du fest, ja? Ja. Dann schauen wir mal, was wir jetzt beim dritten Mal dich hinbekommen. So, nochmal anzünden. Kandja, ich gebe dir mal einen Tipp. Räum mal davor, dass Holz weg, was da rumliegt. Auf dem Boden. Okay, mach ich doch glatt. Weg mit der Vision. Hallo. Weg. Geh weg. Das ist gar nicht so leicht. So. Hör die Klappe. Möchtest du nochmal auswählen gehen? Ich glaube, da kommst du schneller. Hör die Klappe. Dann lass dich einfach runter. Nein, ich mach das. Warte. Das geht ganz schnell. Tschüss. Äh, da. Ich kann das. Ich bin Profi im Baumeln. Im Hängenlassen, ja. Aha. Da, da, da. Da, da, da. Was denn drüberkommt? Ich hab hier voll die Gorilla-Pose. Ja, ne? Das ist voll die geile Pose. Jetzt hält er sich nicht fest. Jetzt hab ich mir ein Brett vor dem Kopf. Das ist wohl richtig so, ja. So. Kann ich auch noch ein bisschen warten. Mann, jetzt. Hast du keine Lasagne mehr? Ne. Hast du eigentlich aufgegessen? Also, schon. Schon, aber. Oh, ernsthaft? Das war icker. Ich hab das Brett weggeräumt. Pass auf. Ich komm kurz, ja? Ich komm nochmal. Ins liegt ja nur noch. Ich geh doch nochmal den Weg hier. Sicher, sicher. Zack, zack, zack. Du kleiner Gorilla. Oh ja. So. Warte mal, Brett hier weg. Das Brett muss weg. Okay. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt endlich mal. So. Okay. Äh. Jetzt müsste es explodieren. So. Und zu, das Ding. So. Okay, was ist jetzt passiert? Achso, jetzt sind wir da rüber, ne? Gegen der Tür. Ja, ja. Uff, die Tür. Nein. Doch, das muss so. Lass mich darin laufen. Nein, wir. Warte, ich hab grad an. Was denn? Oh, danke. WB. Hä, was denn? Die rote Platte kam wieder. Hast du grad zu der roten Platte WB gesagt? Ja. Die ist respawn. Okay. Fast try. Ja, easy. Nein! Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab sie. Ich hab sie. Wobei, muss die da hin? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir das Ding da rüber schieben. Okay, warte, bist du bereit? Warte aufs nächste, fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, warum ist es an der Seite vielleicht schieben? Das wird gleich nochmal slappen. Nee. Doch, es hat dir einen Knöchel gebrochen. Warte, ich versuch es mal an der Seite. Oh, oh. Ich kann das so schnell nicht machen. Das kann ich so schnell nicht. Ich erwisch bestimmt genau das Fass. Oh mein Gott. Okay, warte, wenn es was... Ach, schön. Okay. Oh mein Gott. Okay, warte, ich bin bereit, wenn es kommt. Okay. Kann das bitte jemand quoten? Oh mein Gott. Wie nervös die ist. Kannst du einfach das Brett hinlegen? Oh Gott. Siehst du? Ich kenne ja doch irgendwas. So. Ähm. Gut, ich richte das mal aus. Rüber mit dir, du dusseliges... Ich kenne ja doch mit dir. Oh.